Die war gut platziert. Es hat gezählt! Es hat gezählt! Wie gut! Um mit dem Echelon von Level 13 auf Level 14 zu kommen, müssen wir 2x6 Kopfschüsse innerhalb von 40 Sekunden in Camp Phoenix auf Gollum Island vollziehen. 2x4 Gegner innerhalb eines Einsatzes der Sonar sich töten. Und einmal 3 Gegner aus mehr als 100 Metern Entfernung mit einer Handfeuerwaffe töten ohne einen einzigen Fehlschuss. Das sollte alles relativ einfach sein, denn ich kann wieder auf meinem Hauptspeicherstand spielen, wo ich auch die Tarnung habe. Es ist endlich wieder soweit. Ich freue mich riesig. Ich freue mich absolut riesig. Hier wieder am Start meine treue 416 mit der Digitalzieloptik und dem Molde A-Laser. Da oben, das ist Camp Phoenix, oder? Ja, sieht ganz so aus. Aufgegebener Standort und dahinter Camp Phoenix. Der sollte helfen. Wow! Oh, was ist was? Komm, wir machen einfach die Tarnung an. Ich schick dir, was ich habe. Ja, dankeschön. Ich habe eine Drohne gehört. Böses Drohnen-Geräusch. Was müssen wir hier tun? Sechs Kopfschüsse innerhalb von 40 Sekunden. Ich vermute, damit sind keine Kopfschüsse durch die Kama-I, äh, Kama-I, genau. Keine Kopfschüsse durch KI-Kameraden gemeint. Oder durch den Mutantschussdrohnen. 40 Sekunden. Dazu müsste ich erstmal wissen, wo hier überhaupt Gegner sind. Also abgesehen von den dreien, die eben markiert waren. Läuft einer rum. Kommt mich gleich besuchen. Hier, da ist noch einer. Ich kann mich da nicht besuchen. Nie kriege ich besuchen. Ich mache jetzt mal meine Sommarsicht an. Wirklich nur drei da unten. Eins. Zwei. Oh je, das wird nix. Oh, da ist ja nicht rum. Da ist ja nicht rum. Alter, Alter. Ich muss ja kurz gehen. Ja, bitte. Nein, lass die Scheiß Kampftrone aus, ich brauche doch die Tarnung Okay, wir haben auf jeden Fall einmal die Kopfschüsse Ich starte nochmal neu Aber wir haben auf jeden Fall einmal die Kopfschüsse Und ich deaktiviere den Fixit nochmal Nur Fury und was City möchte ich nicht deaktivieren Die Fähigkeiten der beiden Vor allem Furys Sonar-Scannen Ist halt schon ultra praktisch Ultra praktisch Ups Ultra praktisch Wir wissen, hier sind drei Setz mich mal hier auf die Brücke Einer Ich sehe die anderen nicht Oh shit Zwei Okay, es sind keine drei mehr da Vier Shit Tja, das war's Waren das vier? Ne, waren nicht vier, die ich getötet habe Es waren nur drei Oh Zwei Drei Vier Ah, eins haben wir schon, guck mal da Schön Jetzt muss ich mich aber verarzten Denn ich bin ein bisschen verletzt Oh, hallo Dankeschön Das hier, die ist mein Mann Zeit für eine Granate Granate Die war gut platziert So, wir brauchen Noch vier Gegner Innerhalb des Einsatzes Einer Sonar-Sicht Egal wo So So, hier beim Testgelände Auf Gollum Island Da müssen wir das eigentlich hinkriegen Mit der Pistole Und vielleicht sogar die Sonar-Sicht-Kills Ich hoffe nur Ich lande nicht auf einer Mine Das wäre schlecht Aber mal ein bisschen Außerhalb Schauen wir mal Wie weit bist du denn Hier entfernt von mir Das sind genau 100 Meter Bewegt er sich natürlich Gibt es denn irgendwo welche Die einzeln rumstehen Nicht so wirklich, ne Da hinten steht einer am Am Wachturm Danke, Fury Das läuft ja natürlich auch weg Ja, mach keine Sachen Ich leg mich da hin Aktiviere die Tarnung Und hoffe Dass ich bei dem Dass ich auch treffe Da Ich sehe den Den Zielpunkt nicht So Das war einer Das ist der Nächste Darf ich nachladen? Ohne einen einzigen Fehlschuss Ja Aber nachladen darf ich Ich grabe mich mal ein Ich bin auch ganz gut getarnt Kann aber trotzdem noch Ich kann die Tarnung wieder aufladen Junge Nicht zu nahe kommen Bitte Er steht hinter der Muss der hinter diesem Ding da stehen bleiben Meine Güte Muss das denn sein? Jetzt kommt er zu nah Ach, verdammt Wo ist denn der Funker? Ah Sowieso ein Prioritätsziel Kommt der auch näher? Ich werde wahnsinnig Und die Tarnung sind Nimm mal zwei Einer fehlt noch Ding ist, ich darf halt nicht daneben schießen Jawohl Geil Perfekt Perfetto Ist noch vier Gegner Innerhalb Einer so nahe Sicht Äh Ja genau Doch Ist richtig so Das könnte ich sogar mit den Simultanschussdrohnen glaube ich machen Eins Zwei Wo ist der hin? Da Drei Ja bitte Wobei Ähm Oh guck mal Perfekt Nein Was ist denn mit ihm passiert? Der hat gerade umgefallen So Das waren einmal wieder Gegner Innerhalb Innerhalb Einer so nahe Sicht Ding ist Muss ich die so nahe Sicht Erstmal wieder aufladen Ich glaube das geht mit Das ist Tonkopfschüssen, oder? Aber legit keine Ahnung Ob meine Sicht wieder aufgeladen ist Sollte vielleicht die Anzeige aktivieren Jetzt ist er aufgeladen Hat man es gehört So Was ist denn das für ein Regen? Sag mal Es ist keine Wolke am Himmel Vielleicht geduscht Einfach Ich habe aber auch das Gefühl Das sind nicht mehr genügend Gegner Ich glaube Ich probiere mal was aus Ich probiere jetzt mal was aus Ob das zählt Hier fahren ja Immer solche Autos rum Ich habe einen Raketenwerfer ausgerüstet Mal schauen, wann die Autos kommen Gar nicht Äh? Da kommen sie Okay, wir die Tarnung Ähm Wobei Die Tarnung bringt mir hier gar nicht so viel So So Und jetzt Es hat gezählt Es hat gezählt Wie gut Wie gut Level 14 Nice Geiler Scheiß Geiler Scheiß Das ist ein Geiler Scheiß Geiler Scheiß Das ist ein Geiler Scheiß Geiler Scheiß Vielen Dank.